Ja, ich erinnere nochmal an den Vortrag. Du hast uns drei Zugänge geboten, drei Begriffe. Das Populäre, das Vernakuläre, das Ephemäre, vor allem als Ort des Subproletariats am Stadtrand, wo sozusagen die Utopie Pasolinis steckt, sozusagen das in dieser Schicht, also nicht in den Industriearbeitern, sondern in einer ländlichen Lebensweise, die dort am Stadtrand eben überlebt. Das ist eine ganz persönliche Utopie, dass dort sozusagen dieses revolutionäre Potenzial, diese Gegenkultur stattfindet. Das war, glaube ich, ein Akzent auch zum Schluss seines Vortrags. Vielleicht könnte man auch nochmal ergänzend einführen, dass diese, wie du es genannt hast, der kulturelle Genozid, der durch die dominante Mittelklasse, also das ist bestimmt Pasolini, der die dominierende Mittelklasse meint und den Triumph des Konsumismus in Pasolinis Begrifflichkeit, ist natürlich eine Kritik der Linken. Also was mit dem Namen Togliatti eingeführt wird, mit dieser Position des Linksintellektuellen, verkörpert in dem Raben, der immer versucht, eben dieses Volk nun zu belehren und über seine Situation aufzuklären und ihm Geschichte beizubringen, Geschichte des Klassenkampfs beizubringen, über diese schöne Legende vom Franziskus, der die Vögel bekehrt. Da haben die ja sozusagen eine andere Rolle als in der Realität des Stadtraums. Also das eine ist sozusagen die Idee, die der Rabe als der Linksintellektuelle für diese beiden Leute parat hat, denke ich. Also er schickt sie, er gibt ihn sozusagen in der Figur des Franz von Assidi, die ja auch eine Marx-Figur ist, er schickt sie in die Welt und um sozusagen dann zum Schluss Falken und Spatzen davon zu überzeugen, dass es natürlich nicht dabei bleiben kann, dass sie nur beide Gott anbeten, sondern dass auch der Klassenkampf aufhören muss oder dass man da eben Mittel finden muss. Das war ja der Auftrag, der der Intellektuelle gibt und in Wirklichkeit weiß aber Pasolini als Regisseur und da ist er eben klüger, würde ich sagen, als sein alter Ego, der Rabe. Also als Filmemacher ist er sozusagen auch nochmal kritisch gegenüber dieser Rolle des politischen Subjekts, weil er eben eigentlich sagt, ja, dieser Rabe hat selber kein Klassenbewusstsein. Also er realisiert eigentlich nicht, dass er im System mitspielt und dann eben selber gefressen wird von den beiden. Das ist ja wirklich ein sehr schönes Ende und mit diesem Fressen und Gefressenwerden haben wir es ja öfter zu tun bei Pasolini. Das geht ja gleich weiter dann nächste Woche. Das jetzt vielleicht nur so als Ergänzung. Genau. Also ich sage zunächst mal was noch ganz anderes. Das war eine grossartige Kopie. Also wenn Sie eine DVD kaufen, der Transfer ist nicht so gut wie das, was Sie gesehen haben. Abgesehen davon, dass es immer nochmal was anderes ist, den Film in 1935 auf der Leinwand zu sehen, aber das war eine taufrische Kopie. Die wird nicht oft gespielt. Die wird nicht oft gespielt oder ist noch relativ neu und das hat schon eine Qualität. Ich würde auch sagen, deswegen machen wir das hier, damit wir dann aus Rom diese Kopien geschickt kriegen. Wollen wir es hoffen. Die wir dann so anschauen. Nicht, dass ich jetzt einem Zell-Leub-Fetischismus das Wort reden möchte, aber es war trotzdem eine sehr schöne Kopie. Ja, Togliatti, der ja da zu Grabe getragen wird, das sind schon Ambiguitäten, um die es da geht. Togliatti war ja ein Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei in Italien und dann als die Kommunistische Partei verboten wurde, 1926, war er gerade in der Sowjetunion und musste deswegen nicht ins Gefängnis. Im Unterschied zu Gramsci, der der Generalsekretär der Kommunistischen Partei in Italien damals war und dann die 30er Jahre im Gefängnis verbracht hat und dort seine berühmten Gefängnishefte geschrieben hat, hat die Quaderni del Carcere eben, in denen er dieses ganze Konzept der hegemonialen Kultur entwickelt, auf das sich Pasolini da auch immer beruft. Und Togliatti hat die Partei im Exil geleitet und ist 1944, glaube ich, nach Italien zurückgekehrt und hat dann, also faktisch war er immer der Führer der Partei, hat die Partei im Nachkriegsitalien zu einer riesenhaften Organisation aufgebaut. Das war die grösste kommunistische Partei, die nicht an der Macht war, weltweit. Ganz kurz war er auch in der Regierung und das Erstaunliche ist, dass er auch den ganzen Zusammenbruch des Stalinismus in gewisser Weise unbeschadet überstanden hat und eben durch verschiedene geschickte Anpassungen auch seiner Ideologie, Polyzentrismus ist so eine Lehre, die er mal aufgestellt hat. Es gibt verschiedene kommunistische Parteien mit unterschiedlichen Zentren. Er hat es irgendwie geschafft, für diese Partei zu bleiben, auch über 53 hinaus, über 56 hinaus. Und zugleich war er ja auch ein wichtiger Industriefunktionär. Toljati ist wesentlich dafür verantwortlich, dass in Russland die Leute oder in der Sowjetunion die Leute mit Ladas rumgefahren sind. Die Ladas sind ja Fiat 124 gebaut in Stavropol und die Stadt wurde dann auch zwischenzeitlich umbenannt in Toljati. Der Mann hatte eine sowjetische Industriestaat nach sich benannt, weil er diesen Technologietransfer von Fiat in die Sowjetunion mit verantwortet hatte. Und was wir hier gesehen haben, sind eben Dokumentaraufnahmen von seinem Begräbnis. Und das ist ja schon interessant, wo Pasolini dann darauf achtet, wen er filmt und diese Frau, die durchaus den Typen entspricht, die man vorher in der Franziskus-Episode gesehen hat. Bekreuzigt worden. Ja, oder die einfach so eine Leidensgeste auch drauf hatten. Das ist schon authentischer Schmerz, nicht? Das ist ein empfundener Verlust und die Leute, die er da filmt, sind ja auch nicht einfach so wie Toljati selbst entstande, dem Bürgertum und der Mittelklasse. Das sind ja auch nicht einfach eher Gesichter, die dementsprechend, wonach Pasolini gesucht hat. Und in diesen peripheren Räumen. Aber es ist keine Hommage an Toljati alles andere, oder? Nein, nein, das ist nicht. Aber es ist auch, du hast ja vorgeschlagen, den Raben teilweise auch als autobiografische Figur zu lesen. Es ist sicher eine Fabel über, unter anderem eine Fabel über den Kommunismus in Italien in der Nachkriegszeit. Ja, im Sinne eines Kommunismus, der eben, wie du gesagt hast, die Massen ja bindet. Also der sich sozusagen nicht außerhalb des Systems stellt, sondern eben im parlamentarischen System sich integriert. Ich glaube, das ist auch die Kritik von Pasolini. Also dass sozusagen dieser Tod von Toljati jetzt nicht dem Tod eines nun betrauten, jetzt von ihm aus betrauten Führers gilt, sondern dass diese Epoche oder diese Figur steht für eine reformistische Politik, die er eben falsch findet, die er eben identifiziert mit einem Kompromiss, mit dem System sozusagen. Also ich denke, das Gefressenwerden des Rabens ist eigentlich etwas analog zum Tod des Toljati. Also es ist ja eine Parabel, es ist ja alles sozusagen nicht, es ist ja alles allegorisch gemeint. Aber es ist, ja, genau. Ich denke nur darüber nach, also wenn wir irgendwie noch an der italienischen Geschichte dranbleiben, der Nachfolger von Toljati ist ja dann Berlin-Quer, der den Euro-Kommunismus erfindet, der eigentlich diesen Kurs fortsetzt und an den Punkt kommt, wo irgendwann mal tatsächlich, und das ist ja der Punkt beim Eingreifen der Brigade Rosse oder bei der Entführung von Aldo Moro durch die Brigade Rosse, Moro wird entführt, weil eine Koalition von Christdemokraten und Kommunisten droht. Und also das ist das, was diesen Kommunismus wird. Genau, das ist der grosse Zusammenhang. Das ist eine grosse Koalition italienischen Stils, die da vorbereitet wird. Und das ist sicher nicht Pasolinis Position und diese, wenn man in gewisser Weise will, auch übersteigerten Positionsbezüge in den publizistischen Arbeiten der späten 60er-Jahre und frühen 70er-Jahre, da geht es auch darum, diesen Konsens aufzusprengen und irgendwie die Linke wachzurücken und das geht nicht so. Wobei es keine irgendwie geartete Identifikationsfigur gibt. Das Schwierige an dem Film ist, glaube ich, dass er so plural ist in seinen Erzählweisen und Stilen, so bewusst eklektisch sozusagen und auch verweigert, irgendeine Figur zum Helden zu machen. Weder die beiden sind Helden, sondern die werden ja auch als Ausbeuter gezeigt, als sozusagen klischeehaftes Bürgertum, Kleinbürgertum, auf dem aber auch sozusagen diese Betonung liegt, also diese Unschuld ist eigentlich auch in diesen Figuren drin, dieses Authentische, das ist eigentlich auch sehr ambivalent, die beiden Figuren. Der Rabe wird ja auch kritisiert und es gibt eigentlich nicht die Figur wie bei Akatone oder Mama Roma oder so, wo es ganz klare Passionsgeschichten sind. Also das sind viel einfachere Geschichten und meine Beobachtung war, ich habe den Film ja jetzt auch schon öfter gesehen, also eine Szene, die ich sehr spannend finde, ist die, wo chinesische Musik auftaucht und wo also ein Bogen zurückgeschlagen wird in diesen Prolog, wo es ja um dieses Interview mit Mao geht und er sagt, ja wohin die Menschheit geht, boah, weiß man nicht. Und das wird ja immer wiederholt von dem Raben, dass die nicht wissen, wohin sie eigentlich gehen in diesem Roadmovie. Und ja, also auf dem Weg, also sie sind ja dann selber Ausbeuter, die also dieser Frau, dieser armen Frau eben die Schulden nicht etwa erlassen, sondern sich da eben auch als Geschäftsleute hinstellen. Und da taucht doch eben dieses Schwalbennest auf, was die Mutter dem Sohn zu essen gibt. Und dieser Sohn erscheint mir als eine Figur, ist eine stumme Rolle, die nur einmal auftaucht. Und ich glaube, das ist sozusagen die Figur des stummen kommenden revolutionären Subjekts, wenn man es jetzt so pathetisch ausdrücken will, aus dem Subproletariat. Also das ist ein Träumer, also der ganz versunken, in sich versunken da sitzt und sein Schwalbennest isst. Und das scheint mir ein Bezug auf Mao zu sein und sozusagen eine Art Modell jetzt für die Revolution. Also weil auch die chinesische Musik dann auftaucht und sie kriecht dann ja so auf den Knien eben vor den Beinen. Ja, das ist so eine Anmutung, dass man denkt, vielleicht ist da sozusagen ein ganz eindeutiges Moment, eine eindeutige Interaktion. Ja, wobei, ja, Pasolini hat ja mit Godard engen Kontakt gepflegt. Also er fand auch La Chinoa als ganz toll, das ist bekannt. Aber, ich meine, Schorsch, die die Übermann hatte, als er hier war, Godard gewissermaßen den Prozess gemacht, um uns zu zeigen, dass er immer noch ein Maoist ist. Und ich glaube, das kriegt man bei Pasolini so nicht hin, dass man irgendwie sagen kann, Ja, nee, aber das sind ja immer ambivalente Geschichten. Es gibt ja auch, ich wollte noch zwei, drei andere Dinge kurz anreissen, bevor wir dann auch Fragen annehmen, nur ein Satz noch. Es ist ja, die beiden Mönche, die versuchen, die Vögel zu bekehren, sind ja Semiotiker auch, nicht? Also sie zieht sich durch die Welt, um Codesysteme zu dekodieren. Und das findet dann im zweiten Teil eine Entsprechung in dieser Figur, die ganz eindeutig eine Verballordnung von Umberto Eco ist. Der Typ mit dem Bart bei den Dentisti-Dantisti, also die dentistischen Zahnärzten, der dann irgendwie unsinnige Reden schwingt über diesen tollen Kriminalroman mit den blutigen Unterhosen bei Scotland Yard. Und Eco ist schon eine öffentliche Person zu diesem Zeitpunkt, weil er ist in Italien gewissermaßen schon Umberto Eco. Und Pasolini setzt sich ja mit der ganzen Semiotik, auch französischer Prägung, aber auch mit Eco auseinander. Da gibt es auch einen Dialog. Und das ist dann auch wieder eine kritische Auseinandersetzung. Und der andere Punkt bei der Vogelpredigt von Francesco ist, dass bei Curzius steht irgendwo, die italienische Literatur fängt nicht bei Tante an, nicht bei Petrarca, sondern bei der Vogelpredigt. Das ist die Urszene der italienischen Literatur. Also das ist der Punkt, wo es wie eine vernakuläre Literatur anfängt, aus der Romania heraus, aus dem Erbzusammenhang der lateinischen Schriftkultur. Und es ist mein, also wenn man jetzt diese ganzen Überlegungen zur Sprache nochmal aufgreift und diese historische Behutsamkeit, die aus dieser Kritik der Philosophie spricht, die ich zitiert habe. Was ich mir immer überlege bei der Lektüre von Pasolini, ist, dass er eben schon auch in diesen Horizont reingehört. Das ist, ja, der gehört eben zu dem, was Curzius aufmacht als lateinisches Mittelalter und als den eigentlichen Horizont, aus dem die europäische Literatur herkommt. Und das scheint mir schon auch noch eine zusätzliche Bedeutungsebene zu sein, bei diesem ganzen Franziskus-Ding, abgesehen von allen kunsthistorischen Referenzen, die es da auch gibt. Diese Mötik. Ja, und Franziskus natürlich auch als Lumpenproletario. Ja, genau. Wir haben Fragen aus dem Publikum. Da war eine Wortmeldung, bitte um Ihre Beiträge und Fragen. Ich komme dann mit dem Mikro zu Ihnen. Ich dachte, da wäre eine gewesen. Ich glaube, ich habe gar nicht richtig gefragt. Wir sind natürlich sehr interessiert an Ihren Rückmeldungen und Kommentaren. Ja, Mark, please. Danke. Ich hätte gerne was zum Humor gehört. Komödie, Witz. Der Film ist witzig. Pasolini, es ist so, wenn ich mich richtig erinnere, der erste irgendwie witzige Pasolini-Film, aber zumindest seine Zusammenarbeit mit Toto, dann führt er fort in diese unglaublich tolle Kurzfilme, die wir dann später sehen werden. Und verliert er dann dabei auch seinen Ruf irgendwie, weil wir sprechen jetzt sehr ernst über ernsthafte Themen, aber er hat eine Entscheidung, witzig über solche Themen zu reden. Und ich würde auch gerne eure Meinungen dazu hören. Ja. Noch ein anderes Schlagwort, Genre. Vielleicht, wenn ich sage Witz, weil auch diese chinesische Szene scheint mir sehr geprägt von einer Art Genre-Klischee. Es fängt an auch mit dieser Western-Einstellung durch die Beine, so diese Italo-Western. Und man hat durch den ganzen Film so eine Art Film-Intertextualität, was eher durch Genre abgeht. Und so in dem Sinne geht Pasolini mit der ganzen Filmgeschichte ab. Man hat diese neorealistische Szene gleich am Anfang. Rossellini ist tot. Okay, so ich denke, Genre, Komödie, vielleicht passen sie dann irgendwie zusammen. Ja, genau. Also die Wandertheater-Truppe, das ist eine Fellini-Inszenierung natürlich. Ich habe mich sogar gefragt, bei dem bösen Industriellen, dem Ingenieure, ich habe den Angesagten gedacht, das ist doch das Vorbild für Montgomery Burned by den Simpsons. Apropos Semiotik und Comics und so. Und Matt Groening ist das zuzutrauen. Also der hat den Film sicher gesehen. James L. Brooks hat ihn sicher gesehen. Und das passt schon. Also diese Proliferationen der populären Genres gehen in den Film hinein und gehen aus dem Film wieder heraus. Da bin ich völlig einverstanden. Und ja, im Hinblick auf die ideologiekritischen Lesarten kann man sich fragen, Goddard ist ja immer vorgeworfen worden, er sei ideologisch unzuverlässig, nicht? Die Romantik, da wiederholt sich dann die hegelische Kritik an den Romantiken, die sind nicht ernst und beziehen keine Position, kann man politisch nicht brauchen. Das Problem hatte Pasolini irgendwie nie. Auch mit diesem Film nicht. Der Humor ist ihm nicht als ideologische Unzuverlässigkeit ausgelegt worden. Aber man kann sich natürlich fragen, ob das eine Rückzugsposition ist oder ob er sich damit auch wieder so einen von diesen periferen Räumen oder Zwischenräumen schafft, wo er dann fortlaufend sagen kann, so ist es aber nicht. Also sich den eineindeutigen ideologischen Festlegungen entzieht. Und jeder, der ihm kommen will und sagen will, das ist jetzt die historische Wahrheit, dem lacht er ins Gesicht und benutzt eben Toto als Instrument dafür. Christine Ott hat eine wunderbare Formulierung zitiert am Anfang, diese Mischung aus dem authentischen und dem hochgradig manierierten. Mingaldo, genau. Und wie du sagtest, das trifft auf diesen Film sehr genau zu und es ist hochgradig reflektiert und in gewisser Weise manieriert, artifiziell im Umgang mit dem Klischeeapparat des Kinos und gleichzeitig geht es immer darum, eine Öffnung auf, ich sage jetzt mal, das Reale zu erhalten. Und in diesem Spiel mit den Konventionen und in dem Forcieren des Humors zu verhindern, dass man festgelegt wird auf eine Position, die es dann eben nicht sein kann. Ich habe auch ein bisschen darauf hingewiesen, mit welcher relativen Gleichgültigkeit diese tatsächlich etwas alarmistisch wirkenden Aussagen von Pasolini zum kulturellen Genozid usw. wahrgenommen wurden von einem bestimmten Linken. Aber das ist eben genau die Linke, die er kritisiert oder deren selbstzufriedenen Gewissheiten, die er sich entziehen will. Und der Humor ist eine Kritik der Ideologie. Er ist nicht selbst ideologiekritisch ohne weiteres, aber das ist ein Verfahren. Das ist eine Prozedur, bei der es darum geht, die Position nicht gerinnen und gefrieren zu lassen. Könnte man nicht zu der Frage Genre und Komödie auch nochmal deinen Aspekt des Populären bemühen, also dass er mit Toto ja eine Figur in den Kunstfilm einführt, also die ihm seinen Ruf dann gefährden, und dass er dann Toto eine Chaplin-Figur spielen lässt, also dann nochmal sozusagen so eine Figur einführt, also den Tramp und den Kleinbürger, also den Chaplins Tramp-Figur ist ja sozusagen eine Figur, die ein Subproletariat ist, das kleinbürgerlich sein will. Es ist ja diese Maskierung als Bürger. Und den führt er ja auf, also er bricht sozusagen diese dokumentarische Ebene in dieser Figur. Und das passt auch hervorragend eben zu dieser Aufwertung des Populären, des Nicht-Wertvollen, also das eben noch kein Kulturprädikat hat, also irgendwie Low Culture ist, und das passt ja eben zu dieser politischen Ebene eben des Ephemeren und des am Stadtrand Lebenden. Also das ist die Spiegelung in der Kulturindustrie sozusagen, dieser politischen Ebene. Ja, das ist jetzt Aufwertung gesagt. Und ich bin nicht sicher, ob ich diesen Begriff, also ich würde es eher als Operation, als Eruption, eruptive Operation, bezeichnen. Deswegen die Bezugnahme auf Pirandello. Man kann nicht unterschätzen, wie gross die Wirkung von dem war, was Pirandello da gemacht hat. Das war ja auch, also Pirandello musste ja gewissermaßen unter Polizeischutz das Theater verlassen bei der Premiere, nicht? Der hat da wirklich an einem Ort, wo es sehr wehtat, in der Kultur der Angehörte reingeschlagen und was getroffen. Und diese, also, meine These war ja ein bisschen, das ist eine Geste oder eine Operation, die Pirandello da etabliert hat, im Feld der italienischen Kultur, die in verschiedenen Formen dann wiederkommt. Diese Verunreinigungen, dieses Durchstossen eines Codes der Repräsentation, kommen in verschiedenen Formen wieder. und meine Behauptung wäre, dass, was Pasolini an Toto interessiert hat, war das Potenzial, dass er aufwies und anbot, eine solche Operation durchzuführen. Und eine bestimmte, also sowohl Toto aus der Ordnung der populären Komödie herauszureissen, in der er irgendwie als Genrefigur funktioniert hat, als auch die Ordnung des Autorenfilms zu zerstören, die zum Beispiel, also eben deswegen der Verweis auf Antonioni, Antonioni geht auch in die Peripherie. Genau, es geht immer hin und her. Aber er geht eben da hin und reißt das auf. Dekodierung ist, glaube ich, ein Wort von Pasolini, was da ganz gut passen würde. Und zwar im Sinne einer Zerstörung des Codes und seiner Obstruktionsleistung. Mich würde noch was zur Musik interessieren. Also es sind ein paar Stichworte gefallen. Pluralismus, Pluralität, Manieriertheit. Es fällt einem auf, also wir haben in der Einführung im Vortrag viel zur Sprache schon gehört und diese musikalische Sprachebene kommt ja auch noch dazu. Und es ist spannend, eben schon mit der Rahmung, diese gesungenen Titel, die am Schluss wieder aufgegriffen werden, das Ganze so als Song dargeboten. Viel Gestalt auch, weil es unglaublich vielfältig erscheint, also was alles dargeboten wird. Eben so traditionell folkloristisch anmutende Nummern, dann tanzbare Nummern, moderner Art der Männerchor, Wagner, das Dirigat. Die chinesische Musik ist angeklungen. Ja, also viele Beobachtungen und überhaupt, wie dieser Film mit Musik untermalt ist. Also es gibt ja nur ganz wenige Passagen, die ohne Filmmusik rauskommen. Aber ich vermochte das noch nicht zu verwandeln. Also da würde mich Ihre Meinung noch interessieren. Ja, also nach dem Vortrag hat mich jemand, der aus dem Bereich der Musik kommt, genau darauf angesprochen. Und da habe ich festgestellt, dass ich, ich muss das gleich zugeben, nicht mehr zu wenig Gedanken über die Musik gemacht habe bislang. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir durch die Reihe weiter verfolgen sollten. Es ist ja nicht so, also es gibt nicht so eine Komponisten-Regie-Paarung bei Pasolini, wie zum Beispiel bei Fellini. Und es gibt nicht die Affinität zu einer bestimmten symphonischen Tradition wie bei Visconti, wo dann halt eben Wagner und Bruckner im Notfall den Soundtrack liefern, wenn Nino Roth da nichts einfällt. Sondern es ist eine hybride, vielgeschichtige Sache. Morricone ist natürlich der richtige Komponist für sowas, weil der auch auf alle Register zugreift und nicht irgendwie irgendeiner Form von Purismus nachhängt. Aber es ist schon so, dass diese, das Aufbrechen der Codes, das Dekodieren auf der Ebene der Musik weitergeht. Also er legt sich nie fest, aber es ist immer präziser eben sich nicht festlegen. Darf ich, bevor Christine Ott etwas sagt noch zu dem Musikpunkt, was beitragen, mir ist eigentlich nur bei dieser Wagner-Stelle aufgefallen, dass wie bewertend oder wie er Musik dann eben auch schon einsetzt, um eine Ideologiekritik zu leisten, ganz platt gesagt. Also an der Stelle ist es ja so, dass dieses Siegfried-Motiv erklingt und dazu sieht man dann diesen wertigen Dirigieren und zwar nicht ein Orchester oder so. Umberto Eco. Das ist einer Deutung nach Umberto Eco, was ja ziemlich interessant wäre, weiter zu verfolgen. Und er dirigiert ja ein schweigendes Publikum. Drüber steht auch noch Silenzium. Also ein starres, schweigendes Publikum und natürlich ist das eine Darstellung des Kulturbetriebs. Also es ist ganz klar eine Allegorie, die dann eben konterkariert wird durch die anderen Szenen, wo in irgendeiner Form Theater, also als Kulturbild, also diese schon erwähnte Gaukler-Gruppe und dann in der Mittelaltersszene kommt ja auch Theater vor, ganz interessant und am Schluss ja, also das müsste man alles sozusagen mal vergleichen und wie die Musik dann in diesen verschiedenen thematisch parallelen Szenen verwendet wird. Ich glaube, da käme man dann näher einer Idee, wie das generell eingesetzt wird. Aber Christine Ott hat es auch gemacht. Darf ich einen kurzen Mal was machen? Also ich glaube, man müsste die Musik dann auch gleich noch mit der Architektur einführen, denn unmittelbar vor dieser Szene mit den Bürgern und so laufen sie auf dem Horizont so und das im Hintergrund das EU-R-Gebäude, also das Espositione Universale Roma-Gebäude, das so etwas wie den imperialen Turn in der rationalistischen Architektur markiert von 1938, weißt du, dieses Erwürfel mit den pseudo-römischen Bügen. Und da gehen die irgendwie drauf zu und dann kommt diese Dentisti-Dantisti-Nummer und dann der Einsatz von Wagner, also das sind immer so Verweislinien, die durchgehen. Der Laske ist im Hintergrund Infant auf dem Pferd. Ich finde die Frage mit der Musik auch hochspannend, kann dazu aber nichts sagen. Ich würde gerne zur Sprache noch was sagen. Also erstmal nur eine Anmerkung, Toto zitiert ja den Cantico del Sole von Franz von Assisi. Zitieren kann man vielleicht nicht sagen, er verwandelt ihn dann wieder auf seine ganz eigene Weise. Ich finde das ganz genial, erstmal wieder im Vortrag auf Pasolini Sprachkritik eingegangen bist und dann diese Deutung mit, also da auch eine Parodie auf die Semiotik zu sehen, finde ich auch genial. Nur glaube ich, dass das Problem dieser Mönche ja das ist, dass sie, dass jede Klasse in ihrer Sprache bleibt. Also sie schaffen diese Übersetzungsleistung, aber sie schaffen es nicht, diese verschiedenen Sprachen zusammenzubringen und dann zeigt sich ja das Problem, dass das unübersetzbaren Codes, kann man vielleicht so sagen, eben auch in dem Dialog mit dem Raben, denn der Rabe ist das ja Pasolini Stimme. Was ich auch interessant fand, das ist auch, der spricht ja genauso wie Pasolini in seinen Interviews, also dieses didaktische und er wird aber nicht gehört. Also insofern ist, ich denke schon, dass der Rabe auch eine Identifikationsfigur ist, Pasolini ist, aber er stellt sich dann als gescheitert dar. Das ist schon richtig. Der pädagogische Eros kommt da durch. Genau. Ich habe jetzt mal eine Frage allgemein zu den Filmen, das geht ja jetzt auch noch im nächsten Semester weiter. Nach welchen Kriterien haben Sie eigentlich die Reihenfolge der Filme ausgewählt und wieso haben Sie den jetzt als erstes in der Reihe gezeigt? Hatte der irgendwie besonderen Erfolg unter den Filmen Pasolinis oder das würde mich jetzt noch interessieren? Ja, der war schon ziemlich erfolgreich. Also Preise in Cannes und noch drei Schauspielerpreise für den Toto. Mit vornabgesagt, die Planung dieser Reihe geht jeweils so, dass wir uns überlegen, wen wir gerne einladen würden. Dann fragen wir sie, wann sie Zeit hätten und welchen Film sie gerne zeigen würden. Und dann versuchen wir daraus irgendeine kohärente Ordnung zu machen. und das heisst, wir fangen irgendwo in der Mitte an und hören am Anfang auf. Der letzte Film wird Mama Roma sein, der zweite, in der Hoffnung, dass sich über das Jahr hinweg irgendeine Form von Ordnung ergibt. Ein Konstruktionsprinzip ist, dass die Organisatoren jeweils einen Auftakt vom Vortrag machen und ich wollte diesen Film haben. An dieser Stelle würde ich auch ganz gerne selber noch eine kurze Frage stellen, weil ihr habt ja diesen Titel auch ganz bewusst gewählt für diese Reihe. Die Revolution findet trotzdem statt. Ich würde das jetzt ganz gerne mal eigentlich fast mit keiner Frage auf den Film bezogen beziehen, sondern sagt uns mal, was für Erwartungshaltungen habt ihr denn damit wecken wollen oder so, damit wir das am Ende wieder aufgreifen können, was er jetzt sagt. Vinzenz ist für die Po-Ernten zuständig. Der Titel erklärt sich doch selbst. Was sagst du? Ja, self-evident. Irgendwann, irgendwo. Nein, es ist... Das ist ein Regisseur, den man nicht schön bügeln kann. Da kriegst du den politischen Einsatz nicht raus, weil das auf a piece ist, aus einem Guss mit dem ästhetischen Programm, die Sprachkritik, mit der Gesellschaftskritik. Und das heisst, wenn du dich auf Pasolini jetzt einlässt, dann kriegst du das alles mitgeliefert. Oder du schaust dir die Filme nicht richtig an. Dass aber diese Filme immer noch gesehen werden wollen, haben wir heute haben ja gesehen, deutet darauf hin, dass diese Überlegungen, die er da anstellt, keineswegs antiquarischer Natur sind, offenbar. Und es ist ja interessant, dass Pasolini in den 60er Jahren von bestimmten italienischen Linksintellektuellen leicht snobistisch gesagt wurde, aber das haben Adorno und Horkheimer schon vor 20 Jahren gesagt. Und Pasolini sagt, ja, aber es passiert jetzt. Und wirkt dabei überzeugender als seine ihn mit Schulterzucken versehenden Kritiker. Und da ist immer noch irgendwas drin und die Frage der Reihe ist auch was. Ja, ist das eine Antwort? Ja, es ist eine Beobachtung, die aber auch was mit dem revolutionären Potenzial zu tun hat, mir ist nämlich aufgefallen. Das findet ja eigentlich alles in suburbanen Gegnen statt, in denen sich am Ende nichts geändert hat. Und die einzige Szene, die in der Stadt gedreht ist, ist die Beerdigung mit den Massen der kommunistischen Partei. Und die tauchen vorher schon mal auf und marschieren ja übers Land. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig erkannt habe, aber es klang für mich wie die Partisanen von Amur, also ein Lied aus der russischen Revolution. Also das ist einfach mir aufgefallen, dass es gibt das Land, auf dem sich nichts ändert und in dem im Endeffekt der Arabe gefressen wird und es nur ums Fressen geht und ums Überleben und auf der anderen Seite gibt es die revolutionären Massen in der Stadt. Also ist das ein Aspekt in dem Film auch, diese Räume? Ja, würde ich ja behaupten. Und es ist eben signifikant, dass der ganze Film in der Peripherie gedreht ist, mit Ausnahme dieser Begräbnis-Szenen. Da kann man sagen, es ging ihm darum zu zeigen, um dieses Argument, diese Kritik an dem Tolliatismus vorzutragen und dann musste er in die Stadt gehen und das filmen und so weiter. Aber er sucht sich ja dann auch die Leute raus, die genauso ausschauen, wie die, die er vorher in der Peripherie aufgesucht hat, um zu zeigen, dass es so etwas wie eine Erwartung gab, für die diese Figur stand, die er im Grunde enttäuscht hat, aber die eben echt ist und die keine urbane Erwartung ist. Also wie er diese Gesichter herauspräpariert, wie ihn er findet in dieser Masse drin, dass er eben nicht die Machthierarchie der Partei lange zeigt, die da brav marschiert und Berlinguer zuvorderst und so, sondern auf die Leute gehen, die erkennbar eine tiefe emotionale Reaktion auf dieses Ereignis zeigen und für die Togliatti was auch immer darstellte, aber jedenfalls nicht ein bürgerlicher Verräter, der irgendwie fahle Kompromisse macht, das scheint mir schon signifikant zu sein. Ich meine, das Thema der Stadt auch in der italienischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Entwicklung von Rom ist natürlich ein riesiges Thema, die verschiedenen Eingriffe, die die Faschisten vorgenommen haben in die Stadt Ordnung von Rom. Rom ist irgendwie seit der Antike nicht gross gewachsen, bis zum Anbruch des 20. Jahrhunderts und dann geht es irgendwie plötzlich los, aber es entstehen nur diese merkwürdigen Peripherien, die teilweise geordnet sind, so wie sie bei Antonioni dann vorkommen und teilweise und da siedelt sich dann diese neue Mittelklasse an oder es ist eben Wildwuchs und eine wirkliche Randzone, wie die Bereiche in den Pasolini dann gefilmt hat, wo es eben so ausschaut wie am Stadtraum von Ankara heute. Darf ich nochmal kurz, bevor der nächste Beitrag kommt, zu diesem Stadt-Land-Kontrast, fand ich jetzt sehr interessant beobachtet und auch würde ich mich völlig anschliessen dem, was du ausführst, nur eine kunsthistorische Bemerkung dazu, also das ist eine Ikonografie, die zutiefst romantisch ist, die er oft wählt im Vordergrund der Brache dieser Vorstädte und im Hintergrund dann die Stadt, manchmal Eho offenweisbar und manchmal eben Rom mit dem Petersdom, taucht ja auch auf in einer Stelle, das kann man bei Caspar David Friedrich vorgebildet sehen, also ich habe mal nachgeguckt, Landschaft mit Bruchacker vor Dresden, das ist genau diese Komposition mit dem Hügel und dahinter sozusagen die Stadt auch als politische Zukunftsvision oder ästhetische Zukunftsvision, also da könnte man tatsächlich dann auch nochmal dieses revolutionäre Potenzial der Stadt im Hintergrund als Sehnsuchtsgestalt wird auch abgebildet, denke ich, im Sinne einer romantischen Ikonografie könnte man aber gibt es nicht auch die Ikonografie des Eremiten die eine Rolle spielt, also zumal natürlich dann in der Franziskus-Episode, aber es gibt eben ein Bild, jetzt ist es mir wieder eingefallen, aber ich muss es verifizieren, Bellini, Franziskus als Eremit, ein so monochromes Landschaftsbild mit einer sehr kargen, felsigen Landschaft und mir scheint, dass er ruft er da auf, also die Peripherie ist eben auch Franziskus geschrieben hat, ist ja auch einer, der aus einem möglichen Haushalt rausgeht oder aus einem adligen Haushalt rausgeht und auf Reichtum verzichtet und diesen Rahmen vor der Stadt aufsucht, weil er da sich eben all dessen entledigen kann, was ihm den Weg zur Spiritualität verstellt. Pasolini ist sehr gebildet. Jetzt haben wir ja noch eine Wortmeldung. Sieben angefangen Gedichte zu schreiben, so wie gelesen. Ich wollte eingangs eine Sache erwähnen bezüglich zur Frage, warum dieser Film für uns heute noch interessant sein kann. Er wurde nämlich auch in einer Liste aufgenommen, der 100 wertvollsten italienischen Filme und das sind alles Filme, die nach dem Kriterium aufgenommen wurden, dass sie auch als Zeitdokument fungieren können und etwas zu sagen haben über ein sich gesellschaftlich und politisch wandelndes Italien über die Jahre zu sagen haben. So, jetzt zu meiner Frage. Sie haben uns einen Auszug gezeigt aus einem Brief von 43, in dem unter anderem von Existenzialismus gesprochen wird. Und jetzt meine Frage war, wenn Pasolini Anhänger dieses philosophischen Konzeptes ist, inwiefern lässt sich das mit dem religiösen Thema des Films in Einklang bringen? Also zunächst mal würde ich sagen, als Anhänger des Existenzialismus würde ich ihn nicht bezeichnen und er sich selbst wahrscheinlich auch nicht. Er sagt einfach, die ganze Philosophie kam ich mal mit Ausnahme des Existenzialismus, weil der hat einen poetischen Kern, weil der das Dasein und die Angst zum Thema der Philosophie macht. Es gibt kurz nachfragen, weshalb sich Existenzialismus und Religiosität oder Spiritualität völlig ausschliessen? Gut, wenn man das so sieht, dass der Mensch sich aus einer mentalen Unterdrückung befreien soll, die von religiösen Dogmen und einem gottorientierten Weltmodell präsentieren. Aber das ist die Sartresche Prägung, die dann zugleich irgendwann mit einem relativ klassischen Marxismus harmonisiert wird, wo Religionskritik einfach zum Repertoire gehört. Aber alleine in Frankreich würde ich sagen, in Zeitgenossenschaft gibt es solche Leute wie die Chöre, der eine protestantische Spiritualität mit Heidegger und Husserl relativ mühelos verschränken kann. Pasolini sagt eigentlich, ich bin kein Philosoph und die Philosophie interessiert mich nicht. Und diese ganzen grossen Fragen, Welt, Seele, Gott, Gerechtigkeit, in diesem abstrakten Sinne, das interessiert mich nicht, weil es nichts zu tun hat mit dem, was die Sprache eigentlich vermag, beziehungsweise die Voraussetzung dafür, dass man diese Art System bauen kann, ist, dass man der Sprache eine Gewalt antut, die ich nicht verantworten kann und die ich eitel finde. Das ist eine ziemlich scharfe Kritik der Philosophie. Und dann sagt er, wenn es unbedingt Philosophie sein müsste, dann meinetwegen der Existenzialismus. Der sagt was Wahres. Aber ist nicht eigentlich bezogen auf den Film. die Zeit, mit der wir es hier zu tun haben, ist ja die Frage eigentlich wichtiger, wie kann er Marxismus und Christentum vereinigen? Oder tut er das überhaupt? Oder wie passt das zusammen? Dem Marxismus ist ja auftaucht. Also wenn er sagt, die Welt muss verändert werden und das wäre ja sozusagen die Einlösung auch dieser Semiotik Kritik. Semiotik finde ich wunderbar. Also die Bekehrung der Vögel als semiotische Operation, die also nur bis zur Übersetzung und Beschreibung kommt, aber eben nicht die gesellschaftliche Ungerechtigkeit verändern kann. Das ist das Problem von Eko. Also nicht zur Gesellschaft durchdringend und zu den Verhältnissen. Also ich finde diese Frage eigentlich wesentlicher, weil das ist sicherlich jetzt auch eine jugendliche Positionierung, die du da noch zitiert hast mit dem Existenzialismus. Weil das noch 65, 66 so schreiben würde. Also ich überlege es gerade, ich meine das ist eine total interessante Frage, die Sie da aufwerfen, über die man auch länger nachdenken und nachforschen könnte. Man sollte nicht vergessen, bei dieser Frage nach der Harmonisierung von Marxismus und Christentum. Das sind die Jahre des Zweiten Vatikanischen Konzils, dessen Sprengwirkung wir vergessen haben, durch wie viele Jahrzehnte Johannes Paul II. und Ratzinger und so. Jetzt geht es gerade wieder in eine andere Richtung und all diese Zitate, mit denen Bergoglio so viel Aufsehen erregt in den Medien, beziehen sich auf theologische und philosophische Positionen, wie sie von den Leuten vertreten wurden, die in den 50er und 60er Jahren das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet haben. Und die grosse inhaltliche Neuerung ist ja die vernakuläre Messe, das Abschaffen des Lateins als liturgische Sprache, der Priester dreht sich um und spricht mit der Gemeinde, was dann Ratzinger alles irgendwie wieder aufzuheben versucht hat. Also diese Frage, wie man eine durchaus marxistisch zu nennende Idee sozialer Gerechtigkeit mit der organisierten Religion zusammenbringen kann, ist eine, die in den 60er Jahren eine grosse Virulenz hat. Pasolini steht da nicht isoliert, um es mal so zu sagen. Es wäre mal interessant, diese Frage in einen Zusammenhang zu stellen mit dem, was rundherum passiert. Aber jetzt ist man bald halb eins und ich glaube, es reicht jetzt, Leute. Eine allerletzte Frage habe ich noch, bevor wir komplett gehen. Wir haben jetzt in diesem Monat im November vier Rom-Filme ausgewählt. Fellinis Roma, Gente di Roma von Scola, La Dolce Vita und Latre di Biciclette. Sag noch ganz kurz was über Pasolinis Rom-Bild. Warum lohnt es sich, diese vier Filme vielleicht auch gerade im Blick auf Pasolini anzuschauen? Um sich ein Bild von dem zu machen, was er da entdeckt hat, nicht was er in Netto Davoli gesagt hat. Ich komme aus dem Friau und meine Welt liegt nördlich des Apennin. Und über den Apennin zu gehen, das war so ein totaler Kulturschock für mich, um es neudeutsch zu sagen. Da hat er wirklich was erlebt und gesehen, was er nicht wahrgenommen hat. Man kann das in den Cennery di Grams in diesem Gedichtband aus 55 ist das? Ich habe so was. 556. Das Eröffnungsgedicht geht über den Apennin und darüber gewissermaßen was passiert, wenn man über den Apennin drüber geht. Das ist schon in Rom geschrieben. Man kriegt auf jeden Fall einen Eindruck davon, was er da gesehen hat. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden ersten Abend im Rahmen der Vaseline. Vincent Zediger Applaus und natürlich Regine Pranger. Und vergessen Sie nicht, nächsten Donnerstag geht es schon weiter. Dann wird Rembert Hüser, der hier Medienwissenschaft lehrt an der Uni hier in Frankfurt und wir zeigen Ilport Chile, der Schweinestall. Kommen Sie gut nach Hause, bis bald. Und der Vortrag heisst Schwein oder nicht sein. Heisst, 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 lehrt an der Amma schmerz, welle, das ist und der in die 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 in Vielen Dank.